Also mein grösster Talent ist sicher die Kommunikation. Ich rede gerne und gerne mit den Leuten. Ich unterhalte gerne ein Publikum. Die Kommunikation ist sicher wichtig. Ich kann nicht singen, ich kann tanzen, aber eben kommunizieren ist sicher das Beste. Ich habe immer geträumt Musikerin zu werden. Ich möchte gerne ein Instrument spielen und bis jetzt hatte ich nie die Gelegenheit. Ich habe Ballett gemacht und Schwimmen und ganz viele Sportsarten, aber nie ein Instrument gespielt. Ich würde gerne eine Schlagzeugerin werden. Also ich möchte gerne eine Schlagzeugerin werden.